Yo Leute, was geht ab? Hier ist Resurrect, mal wieder mit einem neuen Gameplay, diesmal erspielt auf Turbine, Stellung, eine only UAV nuclear, mit der LZ erspielt, mit der Drachentarnung drauf, glaube ich, ja, ich glaube es ist die Drachentarnung, und ja, diesmal will ich hier ein paar Ansagen machen, zu einem, wir haben uns überlegt, ein Xbox-Team zuzulegen, und das wird der Lyrics Toxic eventuell machen, ja, und der wird dann einige Member dafür suchen, ich weiß nicht, wie ihr das findet, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ich denke mal, scheißen auf eure Meinung, wenn es sowieso machen, und ja, mal gucken, wie ihr das so findet, ich fände es auf jeden Fall nicht schlecht, weil dann würden wir auch noch einen zweiten Kanal zulegen, der dann als Xbox ist, Xbox und PS3, wir sind halt PS3, er würde den Xbox dran leiten, auf jeden Fall keine schlechten Leute, da habe ich mir auch angeguckt, und ja, ich denke mal, das mit der Member-Vorstellung, was ich im letzten Video angesprochen hatte, wird sich da nochmal ein bisschen verzögern, weil, das ist ein Haufen Arbeit, was wir dann haben müssen, ich wüsste von jedem einzelnen Member die Tonspuren erstmal bekommen, und wir müssen erstmal die Aufnahmegelegenheit bekommen, weil nicht jeder aus dem Clan hat die richtige Aufnahmegelegenheit, die meisten skypen da irgendwie über das Handy, oder so, und ja, würdest du noch irgendwas zum Xbox-Team sagen? Äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch bewerben würdet, also fragen würdet, ob ihr Interesse hättet, oder so, und ja. Ach ja, stimmt, äh, für das Xbox-Team kann sich jeder bewerben, nochmal so nebenbei, weil, wir suchen auch noch Aktien-Member, weil für PS3s haben wir auch noch nicht so viele, aber, wenn wir sich für Xbox-Team bewerben, dann würden wir uns richtig drüber freuen, die, deine, äh, Xbox Live, ein E-Web-Ein-Game-Attack, heißt Lyrics Toxic, ja, Toxic mit Doppel-I, ist drin, ich werde euch den Namen sowieso nochmal in die Beschreibung schreiben, und, äh, ja, schaut nochmal unser Facebook-Size vorbei, wir haben bitte gesehen, wir haben an die 38 Abonnenten, nochmal danke dafür, äh, ähm, ja, ich denke mal, es wird demnächst auch mal eine Abonnenten-Session kommen, ich denke mal, dann werde ich den CW nehmen, weil den CW, wir haben richtig rasiert übrigens, wir haben gegen den Encore-Klang gespielt, was sich am Ende noch ein bisschen rumgeholt hat, der CW geht ganz 38 Minuten, ja, auch nicht schlecht, ähm, ja, das werde ich dann wirklich mal als Abonnenten-Session hochladen, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, wie gesagt, die Member-Vorschaltung wird sich noch verzögern, weil das halt ein Haufen Arbeit ist, da werde ich auch länger dran sitzen, ich habe das noch nie gemacht, bin ich ganz ehrlich, und, ja, kippt euch den Rest des Gameplays heute rein, schönes Gameplay, Ja, willst du noch einmal sagen? Genau, kippt euch den Gameplay, ist echt nice, gespielt, und, ja, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020